Ich sing euch jetzt ein kleines Lied aus längst vergangener Zeit. Hamburg, bei damals Kleinstadt noch, wie liegt die Zeit so weit? Wenn man die Chronik durchstudiert, so langsam Blatt für Blatt, sieht man, dass sich im Grunde gar nicht viel verändert hat. Sieht man, dass sich im Grunde gar nicht viel verändert hat. Wo heut die Bierlokale stehen, dem Bahnhof Visa Wien, war früher saftes Weideland für Ochsen und für Kühen. Schon damals fraß und soff sich dort so manches Rindvieh satt. Man sieht, dass sich im Grunde gar nicht viel verändert hat. Man sieht, dass sich im Grunde gar nicht viel verändert hat. Wo heute das Finanzamt steht, stand damals eine Burg. Da wohnten böse Räuber drin, die ließen keinen durch. Von jedem forderten sie Geld, ob Kaufmann, ob Jan Maat. Wo heute auf der Reeperbahn die kleinen Mädchen gehen, war früher ne Geflügelfarm gar herrlich anzusehen. Dort suchte mancher Gänserich ein Gänslein schlank und zart. Man sieht, dass sich im Grunde gar nicht viel verändert hat. Man sieht, dass sich im Grunde gar nicht viel verändert hat. Wo heute unser Standesamt im Prachtgebäude thront, hat in der guten alten Zeit ein Viehhändler gewohnt. Gar viele Esel riefen dort, ja, von früh bis Bad. Man sieht, dass sich im Grunde gar nicht viel verändert hat. Bewundernd geht so mancher heut am Rathaus hier vorbei. Auf diesem Platz stand seiner Zeit die erste Spinnerei. Die Spinner wurden gut bezahlt, sogar vom Vater Staat. Man sieht, dass sich im Grunde gar nicht viel verändert hat. akuschel palabra von Presentation, denn ich Underground kann daher, die Bedeutung machen kann, wo wir damals wieder vor vielen advisıntlichen Zeit geimpeln haben. Man sieht, dass sich im Grunde tag ein speedswanner sein,